Also ich habe eine Mischung gemacht, also einmal Literatur, Kaffeehaus-Literatur, aber auf der anderen Sache dann halt eben hier Gedanken aus Zeitungen. Ja, und die waren ja alle hier, die waren ja alle hier. Das sind ja nicht, den Hennes Hoppe habe ich ja auch selber noch in der Werningssage erlebt. Genau. Der Spiegel gratuliert dem Kaffee Einstein und setzt quasi seine Farbe und eben auch seine Schrift und alles als Einstein. Das heißt, Einstein ist eigentlich Spiegel und Spiegel ist Einstein. Ja, danke schön. Jetzt habe ich Ihnen erst die Hand gegeben, tut mir so leid. Er ist die Dame, schönen guten Abend. Herzlichen Glückwunsch. Ist doch toll, ist das eine tolle Sache. Ich möchte nur noch mal... Hallo. Hallo. Guck dir noch mal auf mir bitte hier und in die Kamera. Guck dir noch mal hier, alle drei bitte. Ganz große, tolle Sachen, Themen, Klima. Ja. Vielen Dank. Die letzte Woche war dementsprechend. Wie hast du denn? Ja. Ziehen Sie doch mal ein kurzes Fazit. Ein kurzes Fazit. Ich kann sagen, meine Grundidee war, ein begehbares Kunstwerk zu schaffen. Wie hast du denn für ein Film? Ja. Ja. Und beide noch mal gerade. Warte mal. Ihr müsst ein bisschen... Es gibt übrigens keinen einzigen Stuhl, der in den 15 Jahren bis jetzt zusammengebrochen ist. Es kann natürlich jetzt sein, ich als gleich Leichtgewicht. Nein. Wir schaffen es. Und... Mein Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Danke. Danke. 15 Jahre Einstein bedeutet auch 15 Jahre Galerie im Einstein. Heute vor fünf Jahren lag ich mit meiner Frau Mara im Krankenhaus und wir beide hatten eine OP. Meine Frau Mara Romero hat mir eine ihrer gesunden Nieren gespendet und deswegen kann ich überhaupt heute vor Ihnen stehen. das war so, dass ich lange von der Krankheit von meinem Mann gehört habe. Und das war eine Quellerei auch von unserer Vision. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich spende dir eine Niere und dann ist das Thema Krankheit zu Ende. Eigentlich habe ich mich mein ganzes Leben mit Gesundheit, Krankheit, gerade mit Künstlern, Biografien beschäftigt, die alle sehr im etwas morbideren Feld sich aufgehalten haben. Weil ich meine, ich bin ja mit Fabri geboren. Es ist ja ein großer Bestandteil meines Lebens auch, diese Krankheit. Also die ich ja mit mir führe und die mein Körper seit Jahren ja auch bewältigen muss. Und das ist wie ein Bewohner in mir. Und nach der Gewissheit, dass wir mit einer genetischen Krankheit leben oder leben müssen, versuchen wir uns das Feste daran zu machen und auch mit unserer Tochter. Genießen wir jeden Moment. Und jetzt möchte ich mit meiner Frau Mara einfach nach vorne schreiten. und wie das Wasser steht. Mit einer mehr Frauen kommt an der Gewissheit werden wenn in die Welt oder lead��이 kann eine gutung totalen Afhristungscheidung, und Jan ammonia arbeiten. Und ganz noch noch nicht sehen. De Alco Cero voy para Mantané, Llego a Puerto Montané. De Alco Cero voy para Mantané, Llego a Puerto Montané.